hallo liebe eltern jetzt haben wir noch mal was richtig schönes in der vorwarnachtszeit für eure kinder liebe eltern herzlich willkommen zu unserem triple kids christmas special bestehend aus drei komponenten die erste komponente ist ein exklusiver kindersparplan in einem versicherungsmantel ab 25 euro monatlichen beitrag 100 prozent in etfs in fonds das schöne dabei ist dass wir eine berufs- und fähigkeitsoption in diesem vertrag kostenlos integriert haben das bedeutet euer kind kann später wenn es ins studium geht oder die ausbildung geht eine berufs- und fähigkeitsversicherung abschließen ohne erneute gesundheitsfragen denn die beantworten wir heute schon zweite komponente ist ein richtiges fonds-depot bei einer depotbank wo die kontoführungsgebühren bis zum 18 lebensjahr eurer kinder euch geschenkt werden und wir 100 prozent rabatt geben auf die von ankauf kosten eurer kinder bedeutet keine kosten für die kontoführung und keine kosten beim ankauf der fonds 100 prozent fließen ins sparen auch hier ab 25 euro monat und dann haben wir noch einen bausparvertrag wo wir uns ein oder zwei prozent darlehenszins sichern schon heute wenn eure kinder später bauen oder kaufen wollen all das noch bis zum 31 12 exklusiv bei uns als bundle erhält sich meldet euch gerne bei uns